Wir haben gerade die Kontrolle im Einsatz von den Echo verloren. Danke. Wir kontrollieren jetzt Einsatzzielfolgsdrauss. Da scheint ein feindlicher Soldat zu sein. Östlich seiner Position! Einsatzziel Echo wurde neutralisiert. Ich habe Sichtkontakt zu dem feindlichen Panzer. Verlässlich seiner aktuellen Stellung. Wir haben gerade die Kontrolle im Einsatz von den Echo übernommen. Da ist ein feindlicher Scharfschütze. Was machst du denn da? Komm zurück! Das ist ein feindlicher Scharf. Das ist ein feindlicher Scharfschütze. 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 Was tut dann? Nein. Wir haben gerade Einsatz für den Einfall neutralisiert. Wo willst du denn hin? Komm sofort wieder her! Da ist ein feindlicher Panzer! Fertig von dir! Wir haben die Kontrolle übereinst, das Ziel Echo verloren! Wir haben die Kontrolle übereinstellt. Wir haben die Kontrolle übereinstellt. Wir haben die Kontrolle übereinstellt. Ich habe einen feindlichen Panzerwagen westlich von dir gesichtet. Wir haben die Kontrolle übereinstellt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020